Alright, wir sind hier auf dem Gelände von Wir Bauen Zukunft in Niklitz mit der Projektwerkstatt Earthship von der TU Berlin. Also von den 20 Leuten, die aus Berlin hier angereist sind, gibt es zwei Gruppen, die vorhaben, zwei unterschiedliche, sehr nice Sachen zu bauen. Und wie die das gebaut haben, das sehen wir jetzt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.